ja hier kann man auch die tür einfach ein total klingen kaputt nicht mehr damit das ist da jemand das tor geht also kaputt gemacht das schrott hier ich hab's gesehen die tür ist einfach so gekrallt ich bin in den kamer ich glaube da bin ich überhaupt nicht durch das alles schrott hier auch schrott ich hab's nicht benutzen hoffentlich wollen sie nicht mit der scheißkarte bitte nicht das kann ich nicht mit meinem elter ist jetzt nicht mit ich lass es hier Sonst fehlt das. So, da ist das. Das ist auch schön. Ey, wieso steht jemand in das Wasser? Das ist gut. Hoffentlich gibt es den Motor, hoffentlich ist der auf. Diese Scheiß-Krabbers. Das hasse ich, ey. Sonst senden die mich wieder keinen Ärger ab. Ups, die Scherz gebracht. Scheiße. Ach, jetzt geht's. Ach, scheiße. Oh Mann, ey. Ach, hab ich auch schon gedacht. Hab ich mir gedacht, das tut es. Die Tür ist kaputt. Wenn man das Grille nicht mehr hört, wirklich. Man muss es ganz leise machen. Oh Mann, es stört. Die Leute können es gleich noch mal herkommen. Wir können es nicht mehr hören. Aber das ist leise zu machen. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt weiß ich so genau. Aber das ist wie diese, diese Bindig. Ich hab jetzt an. Ich denke, ich bin heute Griechen. Davor kann ich das Ärger bekommen. Wie genauso. Wie ist das ausschwingt für mich? Ich hab keine Ahnung, was was ist. Die Mutter hat uns zu. Ey, da stand die Flasche. Hä? Das stand mal eine Flasche. Hat jemand geschnappt? Ich glaube, das war der Vogel. Das war ich nicht. So was mach ich jetzt fast nicht. Rutsch. So hoch ist das Gebäude. Aber nicht so hoch. Das Gebäude von 7 Stück angeht. Das ist eben hier. Mich hat niemand gehört. Scheiße. Oh Scheiße. Ich hab den alle angetrunken. Oh Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße. Ich hab alles aus Versehen. Die Klingel. Ja, ich weiß nicht, welche Tür ist. Also das Licht hier. Oh Mann, du ey. Ich dachte, das wäre die Tür. Oh mein Gott. Oh Mann. Wieso schreiben? Wieso machen? Kein Logo dran. Es muss hier kein Logo sein. Aber... Mein Gott. Oh mein Gott. Ist der kaputt oder was? Oh Mann. Wie lange braucht der... Oh Mann. Achso, ich hab da jetzt was zu machen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaub da auch versteckt mit ihm oder? Passt nicht. Kommt er überhaupt? Nao komm du. Oh Mann. Ich glaub wahrscheinlich das Aufsehen ist kaputt. Ach, muss ich was brauchen wirklich. Jetzt ist es da eigentlich. Wieso hat dieser Aufseite lange gebraucht? Der Aufseite hat lange gebraucht. Der Aufseite hat lange gebraucht. Reißbrösslich. Horst. Ja, Sie sehen, ist rausgefallen. Oh mein Gott. Ich kann sogar die Schacht sehen. Ich kann sogar ein bisschen die Schacht sehen. Ich kann sogar ein bisschen die Schacht sehen wie der fährt. Das ist irgendwie rausgefallen, das liegt nicht hier, wo es geblieben ist. Ich denke, es ist irgendwie reingefallen, glaube ich. Oh mein Gott, oh Mann, ich habe mich erschrocken. Mein Gott, meine Fresse, warum kenne ich hier Angst, die so erschreckte Aufzug mich? Ja, nein, mach mal, manchmal ist das schon so echt voll. Mein Gott, ich habe dir schon gedacht, ich habe dir schon gedacht, ich bin nicht noch mal auf meiner Bremenbock. Da habe ich mit dem Hax bekommen, diese Gussgeräusche. Mein Gott, ich habe keinen Bock mehr dazu, ich will jetzt mal weitergehen, aufzunehmen und schauen. Ja Leute, ich schaue mal besser jetzt mal an die Marke, so ist es echt schrott. Schatzlein ist echt kaputt. Das ist ein Schrotz der Aufzug, denke ich. Also komm, wir müssen aber in meiner Bremen aus. Ja Leute, ich will jetzt mal Schluss machen, ich will jetzt mal schauen, damit ich mal nicht durch hier schauen kann, wer der Aufzug macht, wie das ist. Also ich stelle hier irgendwo, 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 irgendwo. Deswegen mach ich auch kurz zu essen. Ey! Da kann ich nicht machen. Ich kann die Marke. Ich kann davon sehですね... Ja, da steht so in Acht. Ich habe eine Acht. Ja, ich mag nicht nix, steht da. Ups, ja, da hat die Traumat weg gesehen. Hier will ich davon.